Und wir fangen an, Leute. Nur mal kurz zur Erklärung, damit ihr Bescheid wisst, okay? Also, das hier sind alles Pakete, die vor drei Wochen von euch ausgesucht worden sind. Ich habe 100 Euro zur Verfügung gestellt und ihr könnt dann auf Amazon mir mithelfen, so, was soll ich bestellen? Wir haben abgestimmt, wir haben drüber geredet, was soll ich nehmen, was soll ich nicht nehmen? Und jetzt ist einiges dabei. Viel davon ist wirklich das Amazon-Ding. Einige davon sind auch einfach Sachen, die ich noch selber bestellt habe, aber ich wusste nicht, welche, was, was. Jetzt wisst ihr, was ich meine? Deswegen packen wir einfach jetzt alles aus und einiges davon werden wir auch verlosen. Einiges soll ich vielleicht behalten, wenn es cool ist, aber vieles werde ich probieren auch zu verlosen, okay? So, und jetzt fangen wir an, Leute. Es hat sich ordentlich was gestaltet. Wir haben hier, glaube ich, 25 Pakete ungefähr. Fangen wir mit dem Paket hier an. Was ist das allererste in der Box hier? Die DJI Pocket 2. Das ist eine neue Kamera, die ich mir extra bestelle für kleine Aufnahmen. Das ist eine Kamera, die ist ziemlich klein, aber ziemlich geil, nehme ich. Nein, die muss ich behalten, Leute. Natürlich brauche ich die für mein YouTube-Kram. Diese Kamera hat einfach 500 Euro gekostet. Jetzt werdet ihr sagen, what? Ich muss auch sagen, ich fand es auch arschteuer, aber die ist wirklich krank, Leute. Die ist wirklich eine richtig kranke Kamera. Die ist genau wie eine große Kamera, aber die ist halt einfach klein und händlich. Das heißt, du kannst heimlich filmen, du kannst Leute beim Duschen beobachten. Oh, Digga. So, hui. Das ist ja schön eingepackt, Leute. Was könnte hier sein, was? Ey, jetzt bin ich auch sehr mal gespannt. Hier ist noch was drin. Hat mir jemand einfach Zeitung zugeschickt oder was? Was ist hier drin? Oh mein... Ihr werdet niemals erraten, was hier drin ist. So. Und zwar nichts. Ich wollte einfach hoch, genau. Hier ist einfach nichts drin. Aber hier muss was drin sein. Ah. Ich habe mir eine Cola bestellt, Leute. Aus Japan. Ist einfach eine Cola aus Japan für ein Video. Ich kann auch nicht sagen, was für ein Video. Aber ist halt eine Cola aus Japan. Die wollte ich haben. Weil guck mal, Leute, was für ein schönes Design die hat. Die ist von 2017. Die wird nie mehr hergestellt. Die ist halt so nice. Guck mal, ehrlich, jetzt komm, ehrlich. Sag mal, das ist schon ein sehr schönes Design. Das ist so ein richtig schönes Kirschblüten-Design aus Japan. Das ist halt so schön, ne? Problem ist, warum ist die Flasche leer? Alter, warum ist die Flasche leer? Leute, ich wurde einfach hoch, genau. Digga. Oh. Digga. Ihh. Das riecht nach Socken. Nach japanischen Socken. Ihh. Ich wurde richtig hoch, genau, Digga. Ich wurde richtig hoch, genau. Das stinkt nicht nur brutal. Sondern, Digga, das ist einfach leer. Der H*** ohne. Was habe ich echt darauf mich gefreut? Das habe ich bestellt zusammen. Erster Amazon-Artikel. Der Akazuki-Anzug. Oh, Alter, ich gehöre zu Akazuki. Juhu, ist wieder geil. Leute, was sagt die da zu meinem Auge? Juhu, ich sehe aus wie Akazuki-Wirma, Digga. Ich sehe aus. Juhu, was riecht denn aus, Alter? Ey, jetzt mal ehrlich, wir müssen mal reden. Ey, das hat schon was, Digga. Was haben wir hier? Ein Springseil? Wer braucht ein Springseil, Leute? Noch ein Springseil? Welcher Fettsack hat hier Springseile bestellt? Das Paket ist das Paket, das einfach mal drei Wochen gebraucht hat. Das kommt frisch aus China. Moment, oder? Hä, was ist das denn? Was habe ich denn hier bestellt? Was habe ich denn hier bestellt? Hallo? Das ist der Blitz. Boah, er wird erleuchtet. Uuuuh, ja. Der ist hübsch. Soll ich den echt an euch verlosen? Ich muss sagen, ich würde den noch ein bisschen too schön... Nein, der wird an euch verlost, Leute. Ah, ein HDMI-Splitter. Wisst ihr, ob ich das gekauft habe, Leute? Weil, ich würde gerne auf der Playstation 3, Black Ops 2 und MW3 für euch streamen. Und dafür braucht man einen HDMI-Splitter. Deswegen habe ich mir das geholt. Mal gucken, was hier ist. Oh, die Burgerpresse. Es ist eine Burgerpresse, wisst ihr? Damit kannst du Burgerpress. Schau mir noch. So, was kommt denn jetzt hier? Ah, der ist da. Der ist da, Leute. Den haben wir auch bestellt. Und zwar den Dora-Rucksack. Moment. Alter, das passt nicht. Ich bin zufrieden. Boah, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Nein. Boah, ich mache es kaputt. Okay, nein. Oh, shit. Ey, der sieht aber echt schick aus. Also jeder von euch, der ein Kind hat, der kann hier am Gewinnspiel mitteilen nehmen. Mach mal weiter, Leute. So, mal gucken, was wir haben. Was ist denn das? Hier ist Glas drin. Habe ich Glas bestellt? Ah, oh, oh, oh. Ich weiß, es ist, Leute. Ich zeige es euch jetzt. Einige wissen es schon. Einer im Chat schon geschrieben. Moment, ich zeige es euch. Die Leute, die es nicht wissen, werden sie überrascht sein. Kamera mache ich hoch. Ihr müsst gucken. Guckt euch das an. Wenn ich mache die Lichter aus, habt ihr noch einen besseren Effekt. Oh, mein Gott. Wie cool ist das denn? Oh, wow. Also das finde ich gerade schon sehr krass. Okay, machen wir jetzt mal weiter, bevor wir das klären. Okay, mal gucken, was hier drin ist. So. Habe ich... Oh, mein Gott. Das sieht aus wie ein Dildo. Nein. Oh, mein Gott, Leute, sie ist da. Sie ist da, sie ist da. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, sie ist da. Oh, mein Gott. Ich dachte, es kommt nicht, aber es ist angekommen. Oh, mein Gott, Leute. Ihr werdet im Leben nicht erraten, was das ist. Ich mache kurz Kamera aus. Moment. Ich mache Kamera so. Alter, ich habe einfach eine Rowley, Leute. Eine Rowley. Eine Row... Oh, die... Oh, scheiße. Eine fucking Rowley, Leute. Eine Rowley. Wow, Alter. Eine Rowley ist schon wild, Leute. Eine Rowley ist schon wild. Wissen einige von euch noch, wie teuer die Rowley war? Wissen von einigen noch, wie teuer die ist? Das ist wirklich schon sehr krass, wie teuer die war, Leute. Das war schon brutal. Es hat einfach einen fucking Cent gekostet. Einen fucking Cent. Leute, wer will eine Rowley, Alter? So, mal gucken, was hier drin ist. Ah, das ist ganz wild, Leute. Wieder was ganz Besonderes. Aber das habt ihr jetzt nicht ihr bestellt, sondern das habe ich mir allein bestellt. Und zwar einfach Cola Limette. Das gibt's. Falls ihr... Habt ihr mal Cola Limette getrunken? Also, ernsthaft? Ich habe Cola Limette nur in Amerika getrunken. Und einmal hier in Hamburg. Die ist aber auch schon sehr geil. So, warum ist das Paket schon offen? Der fuck, was ist da drin? Ah, HDMI-Kabel. Ja, das brauche ich auch für... Das brauche ich für meine Playstation. Hier fehlt noch einiges. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ich bin mal gespannt. Oh, ach so, das hat... Oh mein Gott, Leute. Aber das ist ehrlich krank. Das zeige ich euch nur euch euch. Das haben wir wirklich auch aus Japan bestellt. Das ist wirklich der Wahnsinn, Leute. Das hat wahrscheinlich noch niemand von euch gesehen. Das ist geisteskrank. Japanische Cola. Ich schwöre, die ist Pepsi, meine ich. Das ist so ein heftiges Design, Digga. Die ist so heftig. Guckt euch die mal an. What the fuck ist die Japan-Cola? Die ist so krass, ne? So, weiter geht's. Digga, wo sind die ganzen Amazon-Pakete? Ich brauche Amazon. So, mal gucken, was hier drin ist, Alter. Okay. Handy? Ne, Fai-Doo. Was denn? Fai-Doo. So. Ui. Ui, Leute. Jetzt wird aber wild. Und zwar. Ey, ich meine ehrlich. Ich sehe absolut aus wie ein Nur an Sonnen. Mit allem. Das ganze Outfit. Halt. Ah, ey. Oh, ich halte die Sonnenbrille so. Ich werde die Sonnenbrille so anbehalten, Alter. So, Digga. Wo sind die Pakete? Wo sind die Packages? Ah, da ist ein Paket. Das weiß ich noch. Das ist für Amazon-Video. So. Das ist ein Amazon-Paket diesmal, Leute. Und zwar ein richtig geiles. Warum ist das so klein? Aber trotzdem. Ein Lebkuchen. Das haben wir zusammen bestellt. Ist das geil, Leute. Einfach so. Du, Sonnen. Ey, ganz ehrlich. Wenn ich damit, wenn ich so ein dicks Instagram-Welt mache. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Aha. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Ich habe ein Paket gefunden. In meinem Abstellraum. So. Hui. Ah, Schweinetasse. Schweinetasse ist da. Hier ist die Schweinetasse. Guckt mal kurz. Das ist eine ganz besondere Tasse. Und zwar. Guckt mal hier. Ne Schweinetasse. Schweinetasse. Ganz süß. Und. Ich schätze mal, das hier ist die Tomate, oder? Ah. Oh mein Gott. Wie klein ist die Tomate? Guckt euch mal an. Die kleine Tomate. Eine kleine Tomate. Okay, Leute. Ich gucke gleich nach. Wir haben noch mehr Pakete. Äh, Moment. Ich gucke nach. Vielleicht haben wir noch ein Paket. Nochmal zwei Pakete. Nochmal zwei Pakete. Ich glaube, hier sind die Schaddingarne-Augen, Leute. Hier sind Tomaten schon mal drauf auf der Briefmarke. Hier sind Tomaten drauf. Kein gutes Zeichen. Oh Gott. Tomatensamen. So, Leute. Wir haben einfach mal Samen von Tomaten. Die Pflanzen sind klein. Hier, guck mal. Hier sind Samen drin. Damit kann ich Tomaten pflanzen. Digga. Da ist ja gar nichts drin. Digga. Die haben mich hochgenommen. Ach so, nein. Hier. Ah, hier. Das ist ein Tomatensamen. Das ist ein Tomatensamen. Das ist ja gar nichts. Warte, ich probiere mal. Naja. Naja. So. Nächstes Paket. Ey, es fehlt Trump. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Das ist... Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Schaddingarne-Augen. Soll ich mir die ganz kurz reintun, Leute? Ich habe Angst vor Kontaktlinsen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich kann mir die ganz schnell reintun, wenn ihr das wollt. Okay. Hier ist das Schaddingarne. Hier ist das zweite Schaddingarne. Jetzt mal ehrlich, Leute. Ist das gefährlich, wenn man das reinmacht? Digga. Warum ist das nass? Guck mal, ich probiere es alleine jetzt. Nein, ich trau mich nicht. Digga, ich habe richtig Angst. Digga, ich habe richtig Angst. Ich habe Angst, was zu machen. Guck mal. Aua. Ah. Ah. Ja. Ah, ey. Das tut so weh, Digga. Warum machen das Menschen? Ey, warum machen sowas denn Menschen? Das ist verrückt geworden. Ich verlos die, Alter. Ich verlos die einfach an euch. Ich bin einfach eine zu große Pussy, Alter. Hoffentlich ist irgendeiner da draußen, der keine Pussy ist wie ist. Ihr habt alle recht. Alle hier im Chat haben recht. Ich bin eine mega, mega Musch. Ich bin einfach an euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020